Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ice Age 4, die arktischen Winterspiele. Wir sind ja jetzt hier dabei gewesen und ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Zieh weiter nach hinten. Leg etwas mehr Mammut rein. Wie geht denn das? Hallo? Na los mein Mädchen, schieß weit. Ich würde sagen, mal kurz Hauptmenü. Ich muss mir das mal kurz durchlesen. Story fortsetzen. Halte A oder die oben angezeigten Tasten, um deinen Schuss aufzuladen. Okay, Leertaste ist aufladen. Okay, gut. Dann ist es ja kein Problem. Wie viele Nüsse habe ich denn? Oder geht es auf Zeit? Du musst auf die hinteren zielen. Oh, es geht tatsächlich auf Zeit. Wenn du ganz weit schießt, gibt es richtig Punkte. Nicht schüchtern sein Piechus. Schieß weit. Okay, komm, mit dem. Alter, den haben wir gerade gekriegt. So. Dann stehen. So, den haben wir doch auf, oder? Echt nicht? Oh, das war ja gar nichts. Ja, wir haben doch schon 12.000 und brauchen nur 10.000. Das war nun wirklich nicht schwer. Es ist ein Zweig, dieses. Plus die ganzen Nüsse. Triff die Ziele ganz hinten. Mach Papa stolz. Wenn du ganz weit schießt, gibt es richtig Punkte. Oh, da ist eine Nuss. Ich will die Nuss. Ich will die Nuss. Ein bisschen. So. Na, ich glaube, die kriege ich nicht. Dann probiere ich noch mal den hier. Noch ein paar Nüsse. Ja, noch drei Nüsse. Und die 3.000 zählen auch noch. Also, wenn das nicht gelungen war, dann weiß ich auch nichts. 20.000 und wir brauchten 10.000. Das heißt, das 6 zu 0. Wow. Ich hab Herdensinn. Jawohl. Ich hab Herdensinn. Und du? Ja, das Mädchen hat's drauf. Gib nicht so an, Peaches. Sonst muss ich dich vermöbeln. Du würdest mich fürs Angeben vermöbeln? Ich bin Pirat, ist meine Pflicht. Und meine Pflicht ist Angeben. Meine Herde ist toll. Dann entspanne ich mal für den nächsten Sieg. Du wirst weder siegen, noch mögen, wie Käpt'n U-Tan mit Verlierern umgeht. Wir sind keine Verlierer, die verlieren. Also keine Verlierer. Du machst mich echt fertig. Ich bin ein Teenager. Nächstes Spiel. Gletscher hüpfen. Hört sich auf alle Fälle interessant an. Oh, jetzt hab ich gar nicht drauf geachtet. Was, was, was? Schnelle L nach links. Halte L nach unten. Oder die angegebenen... Zum Ducken. Ist, glaub ich, nur Tastatur, oder? Das bringe ich auch im Plan. Oh, wir sind hier... Heißt du nicht Alex? Ach, du liebe Güte. Gletscher hüpfen. Na, dann wollen wir mal. Komm schon. Darf ich ja Silt schon schneller hüpfen sehen? Aber wie... Das ist ein bisschen doofes Gesicht. Kann das sein? Wow. Diego, los jetzt. Was planierst du? Hä? Wie soll ich denn da rüber? Spring, Diego. Schnell wieder bilden wir. Hä? Wie soll ich da rüber? Los, Diego. Stell dir vor, Schira ist hinter dir her. Ah, die schwimmt mich rüber. Sag das doch. Da kann ja ein Faultier schneller hüpfen. Oh, nö. Komm. Ja, äh. Ziel zwei Minuten. Schneller. Ja, ich hab mich abgebremst. Ja, das wird der erste Wettkompon, den wir verlieren werden. Na, wo sind denn die Katzenreflexchen, wenn man sie mal braucht, na? Nein, nein, nein. Nein, bleibst du still. Nein. Nein, bleibst du still. Nein. Ich kann doch nicht mein Ziel an. Ey, das ist der Wahnsinn. Die Sicht ist aber auch echt doof. Find ich. Nein, nein. Ich kann nicht mehr zurück. Los, Diego. Stell dir vor, Schira ist hinter dir her. Ja, dann muss ich natürlich Blitzschnell sein. Beeilung. Au. Au. Das tat, was ich will. Nein, ich springe. Oh, Junge. Leck mich doch am Arsch. Was soll denn das? Schnell, Digo, schneller! Nervt mich nicht, nervt mich nicht! Ja, komm, schaffen wir eh nicht mehr. Aber ich will wenigstens besitzen. Na, wo sind die Katzenreflexchen, wenn man die mal braucht? Und, äh! Alter, komm! Wie kacke ist das denn? Wie schnell der wegrutscht, Junge! Da hab ich ja Silt schon schneller helfen sehen! Spreng, Digo! Schnell wie der Wind! Mal gucken. Nein, natürlich nicht, auch. Hüpf schon, Digo! Das nervt extrem. Digo, los jetzt, sonst verlierst du! Ja, verloren hab ich sowieso schon, aber... Nerven tut es... Nee, komm, Junge, ey! Was soll denn der Scheiß? Ganz ehrlich! Das ist nervig hoch 10! Ja, komm! Die Sicht ist total scheiße! Das ist viel zu schnell! Digo, los jetzt, sonst verlierst du! Hüpf rüber, alter Kumpel! Und hüpf! Schneller, Digo, schneller! Und trepp! Nein, du sollst doch gerade aussprengen! Alter! Verheilung! Mann, oh nö! Na, wo sind denn die Katzenreflexe, wenn man die mal braucht? Boah, halt's Maul, sitz, ey, ohne Witz! Hüpf schon, Digo! Ho, hopp! Hüpf schon, Digo! Alter, komm, das ist doch nervig! Das ist doch echt extrem nervig! Los, Digo! Stell dir vor, Shirai ist hinter dir her! Du sollst dein Maul halten, Mann! Da kann ja ein Faultier schneller hüpfen! Hüpf rüber, alter Kumpel! Na los! Komm schon! Darf der Sid schon schneller hüpfen sehen! Und hüpf! Ich hoffe, jetzt gibt's mal hier bald ein Checkpoint! Bring, Digo! Mell wie der Wind! Und hepp! Los, Digo! Stell dir vor, Shirai ist hinter dir her! Alter Verwalter! Okay, wir sind aber schon mal weitergekommen! Da kann ja ein Faultier schneller hüpfen! Nein! Oh, die schwimmt zurück, sagt mir das doch! Beeilung! Na, wo gehen denn die Katzenreflexchen, wenn man die mal braucht? Komm, komm! Und hepp! So, ich reg' nicht viel her, ich weiß, aber ich versuch' mich zu konzentrieren! Achso, ich soll mich stoppen! Alter, es gibt 195 Nüsse! Hüpf schon, Digo! Und hepp! Ich fliege! Was war das denn? Schneller, Digo, schneller! Na los! Da ist das Ziel, oder? Ist das das Ziel? Nee, oder? Na, wo gehen wir die Katzenreflexchen, wenn man die mal braucht, ne? Ach, du liebe Gute! Ach, du liebe Gute! Au! Hüpf rüber, Alter, Kumpel! Aua! Autsch! Na, komm schon! Au! Komm schon! Stell dir vor, hier reich' hinter dir her! Und hepp! Aua! Diego, los jetzt, sonst verlierst du! Oh, rupin, rote Eichel! Aua! Und hepp! Schneller, Digo, schneller! So, da vorne ist das Ziel! Spring, Diego! Schnell, wie er will! Jetzt aber! Boah, da werden uns die Eicheln auch alle nicht helfen! Oh ja! Nee, gesamt 5,43, also... Nee, also erste Niederlage, 6 zu 1. Boah, das war aber auch schwer. Naja, man soll ja auch mal die Piraten jubeln lassen, ne? Ha, ich wusste, ich bin schneller. Was ist los? Hast du keine Puste mehr? Ich muss nur ein wenig verschnaufen, das ist alles. Ach, komm schon, Mann! Nur Weichlinge verschnaufen! Und nur Verlierer überleben? Nette Sprüche! Captain U-Tan hat mir alle meine Sprüche beigebracht. Guter Grund für eine Meuterei. Du und deine miese Truppe sollten sich besser bereit machen. Pah, meine miese Truppe wurde schon bereit geboren. Ha, du hältst deine eigene Truppe für mies. Nein, ich, 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 ich glaube, du wolltest mich geschickt in das Licht führen. Aber das klappt nicht. Nicht mehr. Oh, du gibst zu, dass es geklappt hat? La 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 la, ich kann dich nicht hören. Mach dich bereit für die nächste Runde. La 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 la. Herrlich! Schon wieder Klempnerei! Das sind wohl so die Boni-Level hier, wie es aussieht. Na, das können wir ja nochmal machen, ne? Kurz in diesem Part. Jetzt habe ich schon wieder nicht auf die Beschreibung geguckt, wie es geht. Bonusrunde 2. Bonusrunde 2. Junge, nicht da! Bist du doof? Was soll denn der mit jetzt? Das ist ein Einzelneufiger. Aber die sind nicht. Na los. Na los. Los, 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 los. Nein. Nein, 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 nein. Ja. Gewonnen. Nein. Buh. Du wirst da, aber der... Ja, hat gereicht. Also, 7 zu 1. Und dann beim nächsten Mal kommt Bob-Ram, okay. Wird ja immer interessanter, ne? Boah, das ist diesmal ein langer Part. Wegen diesem Säbelzahntiger-Rennen. Ah, jetzt ist Money mal dran. Na gut, da machen wir dann aber im nächsten Part weiter, würde ich sagen. Bis dahin, macht's gut. Und dann bis zum nächsten Mal bei Ice Age 4, die arktischen Winterspiele. Bye, bye.